Herzlich Willkommen zurück zu B.O.V. Race. Jawohl. Wir haben hier unten noch irgendwo eine Quest. Ja. So. Dann nehmen wir diese ja auch noch an. Spricht mit Schildachala am Eschenthal. Äh, wir müssen gerne... Ah. Okay, die bringt uns da hoch. Das ist gut. Die bringt uns zum neuen Questgebiet. Dann lassen wir uns da hinführen. So. Ganz kurz hier so allgemein. Was gibt es denn hier für ganz viele neue Erfolge? Drehenorganisation, das ist so alles so... Oh man. Ich habe in dem Add-on viel zu wenig gespielt. Ich muss da echt mal gucken, was ich da mir mache. Generell habe ich sehr wenig jetzt... Den letzten zwei Add-ons, sage ich mal, habe ich sehr wenig gespielt. Eigentlich nur noch die Raids einmal durch und dann... Ja. Nicht mehr. Der ist da. Was ist mit euch hier? Auch ein Angriff. Äh, das ist schlecht. Meschenthal kriegen die Elphys ziemlich auf den Sack, wie ich sehe. Oh Gott, ich weiß noch, wie ich hier damals mit meinem Ohrkex-Meister... meinen ersten Shark immer auf den Sack bekommen habe, weil ich... Ah, ich musste hier immer an diesen dummen Posten vorbei und lauter so ein Zeug. Und dann bin ich wieder außen umgeschwommen, dann waren da lauter gefährliche Wasserelementare im Wasser. Das war zum Kotzen. Diese scheiß Immi unten hier, tiefschwarze Groll. So rein zufällig. Gibt's hier? Hier gibt's es. Jawohl. Thanks. Dann nehmen wir hier die Quests auch noch an. Feuer soll ich hier löschen? Okay, das kriegen wir hin. Dann geben wir erstmal hier kurz die Quest ab und nehmen die neue an. Was führt euch hierher? So. Plops. Okay, das zählt nicht richtig als Feuer. Das ist schön. So. Warum gehen die Feuer nicht aus? Ah, schnell, was löscht die Feuer? Ja, was mach ich denn? Mein Gott. Wenn die meisten Feuer einfach nicht ausgehen wollen, ja? Was kann ich da dafür? Äh, ich glaub, das war gegen daneben. Hierher? Jawohl. Okay, gehen wir mal nach oben. Oder... Ich hab keinen Schimmer. Da brennt's auch schon wieder. Da brennt's überall. Es brennt. Es brennt. Ruft die Feuerwehr. Es brennt. So, ich bin ja auch der Einzige, der hier Feuer löscht, oder? Ja. Na, hab ich nicht bekommen. Krieg ich das da? So. Dann probieren wir nochmal den... Ja? Lord, Magmata. Ja, da guck mal an. Da guck mal einer an. Woher warst denn du nochmal, Magmata? Ne, da brennt die Fahne hier. Die brennt. Das brennt. Jetzt, das, jetzt. Hier geht's. Okay, das ist interessant. Dann machen wir hier hin. Ne, zählt auch nicht. Mein Gott, ich hasse solche Quests. Das dauert jetzt schon wieder viel zu lang. So. Zack. 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 Da oben ist er, der Lord Magmata. Ich mag den, Lord. Ich will mir hier. Okay, wenn gerecht, dass er mal abschießt, das kriegen wir hin. Stirb! 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 So. Äh. Stirb! 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 Hier ist noch einer. Krieg ich den auch? Richtig? Ne. Okay. Der kommt auf mich zu. Den krieg ich. Dich krieg ich. Oh. Und jetzt? Dich da hinten krieg ich auch. Jawohl. So. Dann drehen wir uns nochmal um. Schießen den ab. Schießen den ab. Ach, den da oben krieg ich nicht. Oh. Oh. So. Dich hab ich. Dich hab ich. Zwei noch. Noch zwei. Höp. Ach, komm. Dreh doch nicht so saudum. Okay. Haben wir's. Na, haben wir alles. Mh, 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 mh. Ja, ja. So. Und dann gehen wir in die Föhrbox. Zu, zu, zu den Föhrbox. Und räumen da ein bisschen auf. Wir räumen gerne bei Föhrbox auf. Die sind immer so unordentlich. Unordentliche Föhrbox. Ja, ja. Na, einfache Killquest. National. Okay. Das krieg ich hin. Was machst du? So. So. Heps. Ich glaub, ich muss dann bald wieder verkaufen. Ne, ich hab noch 16 Platz. 16 Platz ist in Ordnung. So. Trinken wir mal einen Trunk. Ich bin außer Reichweite. Die ist besser. Schauen wir mal die bessere Brustung an. Ich muss näher ran. Hier geht ein Föhrwerk schwimmen. Ich bin außer Reichweite. So. Ich muss näher ran. Ja, ja. Das ist zu weit in Ordnung. Das ist zu weit in Ordnung. Ist es das? Noch drei. Und dann können wir wieder zurückreiten. Schade, lass dir kein Rahmen, obwohl du eine Kiste oder sowas war. So, mach mal dich noch. Gut. Er hat mich hier wieder zurück. Er hat mir das Föhrwerkproblem erst einmal gelöst. Fürs Erste. Hohoho. Wir sind krass überlevelt. Aber. Es ist gut, wenn ich mich hier an der Küste entlang arbeite. Dann kann ich jetzt von dieses Gebiet in das hier rein. Dann gehen wir hier weiter, hier weiter, hier weiter. Und lauter so ein Zeug. Und kämpfen wir uns dann quasi so nach unten. Ich habe nicht keinen Bock, dann wirklich. Wenn es der Fall wäre, mit Stufe 30 in ein 20er Gebiet rein. Oder mit 40 in ein 20er Gebiet. Das ist dann so. Ah. Na. Jetzt echt. Bah. Pui. Pui. Ja. So ungefähr. Was ich aber wahrscheinlich muss. Was wird euch hierher? Also ich muss wahrscheinlich hier sowieso alles machen. Ach ja, als Regeländerung. Der da darf ich einfach rein. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Das hatten wir gesagt. Wir dürfen hier einfach in die Hordengebiete, wo wir keine Quests bekommen. Sprich Azara. Duruta. Und Mulgur. Wenn jetzt da irgendwas wäre mit Archäologie, dürften wir da rein. So, Illuns Träne. Im Bann der Glücksbringer. Machen wir den, den und gehen dann hier wieder zurück. Ja, würde ich so sagen. Die nehmen wir ab. Und die schwarze Grotte will ich nicht. Aber er hört, wenn er in die schwarze Grotte. Da wollen wir nicht rein. Bist du für einer? Ein Offizier. Ist ja lieb. Da oben werden garantiert Höllenschreinswacht. Ja. Könnte jetzt auch ein Dingens sein, gell? Ein Hordenstützpunkt. Da wollen wir dann nicht zu weit rein. Also ein Questhub der Horde. Ja, PvP. Höllenschreinsgrundzeit. Da wollen wir nicht hin. So, und hier sieht es mehr aus wie Feralas. Wenn ich ehrlich bin. Dieser grünliche Ton. Ach, wir hatten schon wieder ein Level. Upp. Sehe ich gerade. Muss ich jetzt hier in eine Höhle rein? Oh, der kann hier hinten hoch. Ah, ups. Ich dachte, da liegt einer tot am Boden. Und nicht, dass der schläft. Eppeler. So. Hier sind wenige Kräuter. Wenn ich ehrlich bin. Komm. Bereiten. Ah ja. Hier wird wahrscheinlich der Höhleneingang sein. Und hier gibt es auch eine Quest. Guten Tag. Ah ja. Mach ich schon. So, dann kämpfen wir uns da mal durch. So. Easy. Easy. Bären können nichts. Nichts können Bären. So. Nein, es wäre jetzt auch gerade so, als würde ich mit 20 Jahren Kindergartenkinder verprügeln. Machen wir doch Schulkinder. Machen wir eher Schulkinder raus. Kindergartenkinder würde ich gleich wollen hätten. So. Als Beispiel. Oh, Seidenstoff. Ah, natürlich auch nett. So. Ich frag mich ja gerade, wie viel Gold wir haben. 12. Alles klar. Also, ich glaub mit Level 40 haben wir Fliegen drin. Äh, Fliegen? Was? Schnelle Reiten. Nicht Fliegen. Ah, ich glaub Fliegen sollte mit 60 kein Problem sein. So. Hier oben ist niemand. Mir wird hier angezeigt, als wäre der Quest-Type hier. Dabei ist hier gar nichts. Das ist sonderbar, aber nicht weiter tragisch. Dann ist da wahrscheinlich ein Stockwerk weiter unten. Ah, oder? Boah, ich hab kein Schimmer. Ah, nee. Das ist Zinn. Potemicar. Gehen wir mal hier. Da. Ah, ja. Hier ist der Typ. Ah, ja. Töten wir den noch. Dann beenden wir die Folge. Gut. Dann sag ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tüdelü. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017